Die Liebe zu Allahs Moschee. Warum ist diese Liebe zu Allahs Moschee so wichtig? Nummer eins, mein Lieblingsschwister. Wir lieben die Moschee, weil wir Allah lieben. Wenn du Allah liebst, dann liebst du auch das, was Allah liebt. Und du hasst, du verabscheust das, was Allah auch hasst und verabscheut. Das ist richtiger Iman. Nummer zwei, in keinem Ort der Welt bekommst du mehr Lohn als in der Moschee. Alleine das Sitzen in der Moschee bringt dir Lohn, den du nirgendwo auf der Welt bekommst. Nur wenn du hier sitzt, gar nicht aufpasst, mit den Gedanken ganz woanders bist. Doch du sitzt hier, weil du für Allah gekommen bist. Erhältst du solch einen gewaltigen Lohn. Nummer drei, diesen Ort liebt Allah am meisten. Auf der ganzen Welt gibt es keinen anderen Ort, der Allah lieber ist als sein Haus. Und wie wir gesagt haben, jede Moschee ist das Haus Allah.